Untertitelung im Auftrag des ZDF WDR mediagroup GmbH im Auftrag des WDR 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 Das war's. Neu, neu, das hat er zugehoben. Neu, 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 das hat er zugehoben. Ein Problem beim letzten Testlauf war, dass das Kugellager hinten zu heiß geworden ist und dadurch ist der Käfig geschmolzen, der aus irgendeinem Polymer war. Deswegen hatte ich in der Zwischenzeit ein Kugellager besorgt, was Käfig los ist. Das ist jetzt hier leider unfreiwillig auseinandergebaut worden. Da erzähle ich euch später noch warum. Der Testlauf an sich, habt ihr gesehen, dass auf der Druckanzeige auf dem Manometer sich nicht viel getan hat. Das heißt, wieder konnte kein Druck aufgebaut werden. Da müsste man jetzt mal überlegen, was da die nächsten Schritte sind, was man noch gucken kann. Vielleicht ist das Gehäuse undicht und das muss nochmal überprüft werden. Am Ende vom Testlauf war es auch so, dass man das Triebwerk, die Welle gar nicht mehr wirklich drehen konnte. Da hat sich irgendwas verkantet oder festgesetzt. Das hintere Kugellager war tatsächlich sehr, sehr fest im Wellentunnel drin, sodass man das gar nicht einfach rausnehmen konnte. Aber allerdings beim Zusammenbauen konnte man das Kugellager einfach reinschieben. Ich weiß nicht, ob es nur verkantet war, was ich mir nicht vorstellen kann, weil es ja der gleiche Sitz war oder ob es da irgendwelche Mikroverschweißungen gab. Generell ist das alles ein bisschen merkwürdig, weil eigentlich sollte sich das Aluminium ja mehr ausdehnen als der Edelstahl vom Kugellager. Vielleicht liegt das auch an irgendwelchen Vibrationen, dass es dann da tatsächlich so zu Mikroverschweißungen kommt. Ich weiß nicht genau, welche Effekte das sein könnte. Beim Auseinandernehmen war es dann so, dass wir dann allerdings das heiß gemacht haben und dadurch konnten wir dann den Innenring vom Kugellager rausdrücken. Jetzt ist das Kugellager eben auseinandergebaut. Da muss ich jetzt mal schauen, wie man das zusammenbauen kann wieder. Und da muss ich mir nochmal Gedanken machen, was man generell auch beim Triebwerk optimieren könnte. Und dann kann man wieder den nächsten Testlauf machen.